So, wir sammeln jetzt da hinten. Eigentlich müssten wir alles verwursten. Ja, ein Kontiname fast voll. Und wie immer, ich hätte mir mehr Platz lassen sollen. Das ist nur Durchgang. Bis die volllaufen, das wird erstmal noch dauern. Da ist auch wahrscheinlich der Sprit alle. Aber es geht ja erstmal nur um die Verarbeitung, ne? Die anfängliche. Also ich würde auf jeden Fall Kohle und Eisen machen. Und. Wir machen es anders. Wir nehmen die Eisenproduktion nur da hinten. Oh, ich bin überfüllt. Okay. Also wir werden jetzt nur hier Eisen anbauen. Äh, verarbeiten. Nicht anbauen. Diese Reihe haben wir. Ich und kein Material. Wie kann das denn? Ach ja, ich war heute auch noch einkaufen. Zum Deppen. Betroffen. Wollen wir hier am liebsten, ne? Ich habe die Zeige gerufen. Wir müssen hier aber auch noch. Wollen wir hier angenehaut. Also wir schauen. na kommt für die schönheit machen was wir jetzt momentan auch nicht hier waren sie wir haben passiert überhaupt so auch nicht platten gehen aus super bei uns sind viele wohnungen frei echt nicht es kommt immer mehr also mehr leute ist echt schwer eine gute wohnung zu finden zum einen schöne und vor allem die auch noch bezahlbar ist lecker schmecker ein paar schmieden schmieden schmelzöfen wir wollen jetzt tja ohne platten mache ich nix hier immer schnell welche holen ja wir werden die umann gibt es weines gesehen inventar ist wieder voll weil ich hier sämtliche scheiße mit mir umschleppen und noch nie meine kiste bauen kann ach ja ich habe das ganze erz aufgenommen oder das nehmen wir mal mit wenn die bei den anderen kram raus werfen schlepp die motoren immer noch mit mir um schnecken kommen raus guck mal sehr gut nicht dein ernst eventuell wenn wir diesen gesamten turm noch ein stück weiter nach vorne ziehen müssen doch ein bisschen eng hier hinten nur ein bisschen zwei toast mit mäd und zwiebeln drauf pfeffersalz sticht total drauf aber ich esse ja nicht mehr so viel ich hätte da so eine kleine idee ich hätte da so eine kleine idee jetzt natürlich schöner gewesen hätten wir den großen container gehabt und dass ich was sehe Ah, ist zu nah dran Scheiße Nicht dein Ernst, dann gehst du weg Ja, ich habe es schon gesehen, dass es nicht passt, ey, maaaann So, und jetzt zum Eigentlichen, was ich vorwarte Ah, das ist noch nicht mal Ich habe keine Ahnung, ob der Jetzt ist er angeschlossen Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung So, hoffen wir doch mal, dass es jetzt auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe Patron Aber wir kriegen keine vier Schmieden damit, oder? Ich sage immer Schmieden Mann, Schmelzöfen natürlich Oh, jetzt habe ich mein Kabel rausgeschmissen Ist nicht dein Ernst? Ja, so ist das, ne? Guck, Fabian ist auch nicht mehr da Aber wir müssen erstmal Kabel holen Oh, so ist das Oh, so ist das Schmieden Ich hätte direkt die Schnecke mitnehmen können, mann, 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 mann. Ich werde jetzt gleich so in die Hose gehen. Ich hätte das Ding aus. Ich hätte das Ding aus. Ich hätte das Ding aus versorgen, die Runde. Und dann sehen wir uns gleich nochmal für eine gewisse weitere Verarbeitungsrunde hier in Satisfactory. Ach shit. Jetzt wird gleich der Strom ausfallen. Ich habe ja noch gar kein Material vorgegeben. Ich habe ja noch Constizibles einen Tungen aus. Ich werde das Ding aussehen.